Am 6. Dezember ist es wieder soweit. Die Verleihung der People's Choice Awards 2022 findet statt. Für dieses Event schmeißen sich die Sternchen mächtig in Schale. Doch was sind die besten Looks? Die Sängerin Shania Twain zeigt sich in einem gewagten Outfit. Sie rockt den roten Teppich in einem transparenten Leo-Look. Auch Kollegin Carrie Underwood ist in ihrem Hosenanzug ein echter Hingucker. Dagegen fällt Schauspielerin Olivia Wilde mit ihrem Nippelblitzer auf. Ihr schwarzes, transparentes Kleid aus Spitze kann nicht alles verbergen. Doch das sind nicht die einzigen Sternchen, die sich für dieses Event herausputzen. Einige Darsteller aus der Serie Grey's Anatomy lassen sich in ihrer schicken Abendgarderobe ablichten. Dabei sticht vor allem Ellen Pompeo mit ihrem gestreiften, glitzernden Einteller heraus. Aber nicht jeder Star entscheidet sich für einen auffälligen Look. So posieren zum Beispiel die Schauspieler Lil Rel Howery und Lisa Rinna in dunklen, schlichteren Outfits auf dem Red Carpet. An Stilbewusstsein mangelt es ihnen dadurch aber überhaupt nicht. Auch wenn nicht jeder mit einem Preis ausgezeichnet wird, bleiben diese Promis dafür mit ihren Looks im Gedächtnis. An Stilbewusstsein